hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge ls 19 auf der map sibasusum felsbrunn ich bin immer noch in sibasusum modus ja wir waren dabei in der letzten folge haben angefangen mit dem raps ernten wir haben das gras eingefahren das gras wird abgefahren natürlich dann silage verdichtet und jetzt fangen wir an das selbst fällt ab zu ernten wir machen davon gleich noch mal ein vorgewinne weil wir wollten das fällt auch ein bisschen vergrößern das könnte ich dann schon anfangen dann können wir den helfer anschmeißen brauchen wir jetzt hier nicht drei folgen sehen wir das rapsfeld abernten ein bisschen nicht dass wir uns ein bisschen so auch was von einer von der ernte kaputt machen deswegen fahren wir jetzt einmal hier hoch und runter würde ich sagen einmal runter das war ich da haben wir hier platz dann können wir gleich unseren flug holen und hier ein bisschen vergrößern stellen wir gleich den helfer ein dann haben wir wieder ein bisschen was geschafft machen sehr schön hier fahren wir dann gleich an so bist du gerade ja helfer an was helfen kann die aber fällt nicht im besitz ok aus das welt nicht im besitz noch mal ein bisschen weiter rüber jetzt kann das sehr schön ach so dich brauchen wir ja eigentlich alle können auch den anderen nehmen so wussten unser flug dahinten ist unser flug muss man den mal an unseren großen fan dran ja so und er ist auch glaube ich direkt in der richtigen position oder andersrum naja so ist glaube ich ok so wir setzen hier an einmal rückwärts das ist ein grundriss haben wie wir es machen und runter genau hier können wir mit vorgewendet zur not arbeiten aber fällt größer machen bringt mehr ertragung ihr wisst es einmal direkt an dings lang ja das ist ok so wenn wir hier ein drehen oder wir werden gerade fahren und anheben und jetzt nichts machen senken also ein bisschen grün kann er da bleiben aber den rest machen wir alles weg hier so und heben das ist doch ok ein großes stück verlängert das feld noch mal rum hier so können wir mal so fahren zack senken wir müssen weiter rüber so flügen mit so das ist so gar nichts für mich so leute dann was sagt ihr habt ihr auch eure standardfelder vergrößert oder vergrößert ihr die allgemein oder nicht das könnt ihr mir mal in die kommentare schreiben das würde mich mal interessieren so und weiter geht's dann fahren wir jetzt so lang so oh was ist denn da los ein unfall ach dieser helfer ne dieser helfer da kommt noch macht davon erstmal weiter gucken wie weit du kommst und werden wir vielleicht den rest fahren aber aber leer machen können wir dich einmal das schon mal gut aber schon die ersten 5000 liter raps haben wir schon mal wo einmal anders und müssen wir uns drehen so kommen 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 wo ein foto ein foto sehr schön zack der raps fließt der rubel rollt so gleich alles leer und weiter geht's sehr schön dann werden wir ihn jetzt mal auf der seite an machen auf der seite werden wir ihn an machen zack so und rum und runter so einen helfer mal gucken ob er so auch dann richtig macht so bist du noch gesenkt ja du bist noch gesenkt und stellst felder her wir nehmen viel zu wenig weg wir müssen viel weiter rüber so ja jetzt waren wir schon wieder zu weit aber das sieht auch ok aus leute und das feld haben wir dann schön vergrößert ja wie gesagt schreibt es mir doch mal in die kommentare ob ihr eure felder auch vergrößert oder nicht oder ja ich finde sowieso runde felder besser als immer diese ganzen eckigen immer so eckig alles bei joints so zack und ist im wohnen drin ja sehr schön wir fahren zu weit so schön jetzt hier alles mit heben eine drehung dann nehmen wir das jetzt hier mit das ist doch ok er fangen bis mal hier rüber aber das müsste dann in der nächsten runde wenn wir dann hier ansehen wieder ein bisschen was bringen zwar nicht viel aber ein bisschen so sehr schön anheben ja leute was wären wir als nächstes an sich weiß nicht ob wir hier gleich was ansehen aber wir wollen ja in kühlen also brauchen wir auch stroh also wäre es ja sinnvoll wenn wir hier das erste mal auf weizen und an pflanzen und das stroh was wir jetzt als nächstes runterkriegen von unserer weizenfeld erstmal gleich wieder mit drauf schießen weil irgendwo müssen wir es ja auch lagern oder irgendwie pressen aber eine presse für das kleine feld leihen ist glaube ich zu teuer presse leihen würde ich sagen das machen wir dann wenn wenn wir auch heu fährt fertig haben dass wir das alles pressen können auf einmal das wäre glaube ich sinniger da haben wir hinten auch was vergessen so das nehmen wir auch gleich nochmal mit das ist auch weg dann können wir anheben eine runde wieder drehen da kommt der deutscher so und weiter geht's da lassen wir ihn einmal kurz drehen das macht der helfer relativ guter bin ich begeistert das macht der guter lässt aber stehen hat nichts stehen gelassen das macht er gut so kommt verweiter weiter wir haben noch zu tun wo ist jetzt viel ist es nicht mehr viel ist es wirklich nicht mehr und dann können wir das fällt auch schon fast dann müssen wir wenn das abgeerntet ist nur mal gucken kalken und dann können wir ansehen und kraut ist dann glaube ich noch nicht drauf weiter runter ja das passt hier so verkleinert sich immer mehr die das kleine grasfeld was hier noch ist das hätten wir nicht auch abnehmen können das habe ich total vergessen hier wäre auch nicht viel runter gekommen heben gleich wieder senken jetzt ist nur so ein kleines dreieck das ist echt nicht mehr viel so leute ja gehen wir vielleicht in der nächste folge das wird die übernächste folge glaube ich aber ich habe nicht gehoben wo wir dann in den weizen gehen dann haben wir unser erstes weizenfeld weg vielleicht werden wir auch den raps gleich verkaufen weil er vom feld runter ist das werden wir dann noch sehen noch ein kleines dreieck also die helft haben auf jeden fall schon geschafft ich muss wieder ein bisschen rüber so müsste es gehen auch wieder nicht ach Mist ich fahre immer zu weit rüber so jetzt geht's aber jetzt geht's jetzt geht's und heben und sehr schön dann machen wir das jetzt so rum nur noch das ist auch doof wir hätten doch gleich wieder anders drum mal kurz wieder gucken wie ich ran fahren musste so da haben wir echt wenig gerade weggenommen ja ich war schon zur seite entschuldigung entschuldigung jetzt sind wir noch gegen gefahren ja helfer dir wird blockiert du wirst gar nicht verkürt lügt nicht grundunbekannten warum hast du die gerade wenn ach so ja weil das nicht neues feld das stimmt so guck mal zieht er sich gerade was macht er denn schon wieder so machen wir kurz mal selber rein bisschen gerade bisschen gerade sehr schön und jetzt machen wir ihn an so runter dann machen wir das dreieck hier noch fertig müssten wir auch noch schaffen schnell und hoch jetzt machen wir das schnell so rückwärts runter dann kriegen wir das auch schnell weg dann haben wir in der folge wieder bisschen schön was geschafft das feld haben wir weiter gemacht vergrößert ein drittel vielleicht schon vom raps geerntet es läuft es läuft es läuft es läuft so dann können wir bald unsere kühe holen jetzt noch das kleine stück das machen wir jetzt noch schnell und runter hier noch ein stückchen so und leute wir sind fertig hier das kleine mini stückchen noch noch und sehr schön dann können wir heben fällt zu stellen ausmachen und leute ich sag euch jetzt auf wiedersehen danke dass ihr zugeschaut habt schreibt mir in den kommentaren feedback ob ihr eure felder vergrößert ihr wisst es oder allgemein verbesserungsvorschläge oder was wir mal machen könnten das würde mich freuen wir sehen uns wieder nächste woche ist weihnachten die folge ist die woche vor weihnachten nächste woche machen auf jeden fall weihnachts special spezial folgen lasst euch überraschen viel spaß und es ist nicht mehr lange hin heilig abend also das schafft ihr doch bis 24 macht's gut tschüss